Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Augsburger Panthers gegen die Straubing Tigers. Endstand 3 zu 4 nach Verlängerung. Nach dem Spiel sind beide Coaches hier für die Straubing Tigers Jürgen Rumrich und für die Augsburger Panther Larry Mitchell. Herr Rumrich, Sie haben das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, einen schönen Abend. Ja, ich muss sagen, wir haben heute wieder sehr gut angefangen. Das erste Drittel haben wir klar dominiert und wir wussten, dass Augsburg im zweiten Drittel kommen wird. Und das haben sie auch gemacht, haben da auch verdient. Dann sind die wieder in Führung gegangen und ja, im letzten Drittel haben wir uns wieder, uns mehr aufs Spielen auch besonnen, haben wieder mehr die Zweikämpfe auch angenommen und nicht so kompliziert gespielt, die Scheibe nicht so lange gehalten und dann dadurch Respekt vor meiner Mannschaft, wie sie sich wieder zurückgekämpft hat, den Ausgleich geschafft hat im dritten Drittel und dann in der Verlängerung gut. Das war Unterzahl und dann haben sie den Konter gefahren, weil der eine Schläger gebrochen ist von Augsburger Seite. Das haben sie ausgenutzt und ich bin natürlich sehr zufrieden mit der Leistung und auch mit dem Ergebnis. Danke. Danke, Jürgen Rummrich. Larry, dein Statement. Gratulation an Jürgen, an Donner und ihre Mannschaft. Ihr habt es ein bisschen anders gesehen als die Jürgen. Ich denke, wir haben die ersten zwei Drittel klar dominiert. Wir haben 32 Schüsse zu, glaube ich, 15 oder 16. Im ersten Drittel hat man sechs Schüsse abgegeben und zwei waren in unserer Tore drin. Einen Überzahl, einen Unterzahl. Im letzten Drittel fand ich das Spiel sehr ausgeglichen. Da waren Chancen auf beide Seiten. Und ja, gut, in der Verlängerung, wie Jürgen schon erwähnt hat, Nathan Smith hat seine Schläge gebrochen beim Bulli. Und gut, dann wurde 3 gegen 3 gespielt. Calvin Elfring hat das Richtige gemacht. Er hat die Scheibe zum Tor gebracht. Und eigentlich war es eine 2 gegen 2 Situation. Und unser zweiter Mann zurück hat seinen Job nicht erledigt und hat seinen Mann nicht genommen. Und Lee Gorn hat diese Geschenke angenommen und dadurch die zwei Punkte für Strouding beschert. Ich meine, wenn es momentan einen Weg gibt, ein Spiel zu verlieren, dann werden wir das finden. Und das haben wir wieder gefunden. Dankeschön. Danke, Larry Mitchell. Gibt es Fragen von den Kollegen der Presse? Die Frage an Larry Mitchell, dass die Panther sportlich quasi gar nicht mit der Presse vertreten sind. Ob das die Mannschaft tangiert? Ja, sicherlich spielt das eine Rolle. Ich meine, die Jungs kriegen das mit. Aber ich denke, das wäre zu einfach und unfair, die Straubinger gegenüber das als Ausrede zu nutzen. Das ist sicherlich problematisch. Und ja, wenn man verliert, so wie wir, immer mit einem Torunterschied, vielleicht ist es ein Positiv, dass man nicht über die Mannschaft oder die Ergebnisse redet. Aber für uns glaube ich, das viel größere Problem ist momentan dieser Fußballspielplan, was wir haben mit nur einem Spiel. Und das ist auch bedingt durch das Stadion, dass wir Spiele getauscht haben, am Anfang nicht zu Hause spielen dürfen. Und ich glaube, jeder Trainer der Liga wird mir zustimmen, dass wenn man nur einmal die Wolke verliert, in dieser Liga ist es sehr, sehr schwer, Punkte zu sammeln. Und wenn man knapp verliert oder unglücklich verliert, dann muss man teilweise, so wie heute, neun Tage warten bis zum nächsten Spiel. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns bei den Kollegen der Presse, den Straubingen Tiger als Glückwunsch und noch eine gute Heimfahrt. Und wir sehen uns wieder nächsten Samstag hier gegen die Adler Mannheim. Bis dahin, eine gute Zeit. Vielen Dank.